Sie sind eine Vermarktungsmaßnahme. Darum profitieren Sie ja und alle Lizenznehmenden. Ideal für das Schnupfenzelt. Die Schweinemaske wird noch fehlen an der Nase. Stimmt, oh nein, das möchte ich nicht. Nicht? Das ist für mich. Und dann sollst du dieses Zeug hier. So, das ist so. Und dann sollst du dieses Zeug hier sein. 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 Und dann sollst du das Zeug hier sein. Und dann sollst du hier sehen. Leins zum Zeug. Yeah. Und ich sag mal. Und das ist so. Das ist dann der Test für die Oberbürgermeister. So, die Dame zieht es auch. Und wie ist es denn, ihr müsst eigentlich malen? Man muss jeder mal so mit dem Schnäuze ziehen. Und jeder auf seiner Seite? Jeder auf seiner Seite, genau. Eigentlich dreht man hier und dann kommt eben raus, wenn man Dabli Rind malt oder was man macht. So, das ist jetzt der Test hier so. Nein, nicht bei mir. Ich muss das selber machen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017